Wer in einer klaren Nacht den Himmel beobachtet, entdeckt neben glitzernden Sternen ein breites helles Band, die Milchstraße. Früher glaubten die Menschen, dass er die Milch, die das Baby Herkules an der Brust der Göttin Hera verschüttet habe. Betrachtet man die Milchstraße durch ein Fernrohr, löst sie sich in unzählige einzelne Sterne auf. Die Milchstraße ist also ein riesiges Sternenband. Es besteht aus mehr als 100 Milliarden Sternen. Galaxien nennt man solche unermesslich großen Ansammlungen von Himmelskörpern. Noch mindestens 100 Milliarden ähnlicher Sterneninseln befinden sich im Weltraum. Zwischen ihnen ist nichts als tiefschwarze Leere. Unsere Erde, der Mond, die Sterne, die Galaxien, dazu noch alles, was es nur irgendwo gibt, bilden das Universum. Die Schwerkraft oder Gravitation hält es zusammen. Das Universum hat keine Grenzen. Es dehnt sich immer weiter und hört nie auf. Noch vor wenigen Jahren glaubten viele Astronomen, dass das Universum schon immer existierte. Heute dagegen nimmt man an, dass es in einer gigantischen Explosion entstanden ist. Sie wird von den Wissenschaftlern als Urknall bezeichnet. Das soll vor 17 bis 20 Milliarden Jahren gewesen sein. Die Astronomen können nicht bestimmen, was vor dieser Explosion existiert hat. Nach seiner Geburt in dem gewaltigen Urknall ist das Universum heute voller Galaxien. Die Abermillionen Sternenhaufen bewegen sich gleichmäßig voneinander weg. Hat ihnen der Urknall genügend Schubkraft verliehen, werden sie vielleicht für alle Ewigkeit im All verschwinden und schließlich verlöschen. Lässt die Schubkraft jedoch nach, ziehen sich die Galaxien möglicherweise so lange wieder zusammen, bis sie alle aufeinander prallen und in einem gewaltigen Feuerball verglühen. Vielleicht kommt es danach zur Geburt eines neuen Universums. Bemerkenswertes Unser Nachbar Der nächste galaktische Nachbar unserer Milchstraße ist der Andromedanebel. Obwohl diese Galaxie mehr als zwei Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, kann man sie mit bloßem Auge sehen. Schon durch ein kleines Fernrohr erscheint sie uns als heller Fleck. Unser Sonnensystem Der Teil der Milchstraße, in dem wir leben, besteht aus einem Stern, nämlich der Sonne, neun Planeten und deren Monden. Darüber hinaus gibt es in unserem Sonnensystem noch unzählige kleinere Himmelskörper. Es sind Asteroiden, Kometen und Meteoriten. Die Planeten ziehen in kreisähnlichen Bahnen um die Sonne. Sie strahlen kein eigenes Licht aus, denn Planeten sind dunkle, erkaltete Himmelskörper, die nur im Schein der Sonne leuchten. Deren Licht und deren Wärme strahlen sie wie ein Spiegel in den Weltraum zurück. Die Zeit, die ein Planet für einen Umlauf um die Sonne braucht, nennt man ein Jahr. Je näher seine Umlaufbahn zur Sonne verläuft, desto kürzer ist sein Jahr. Der Sonne am nächsten zieht Merkur seine Bahn. In 88 Erdentagen umkreist er sie einmal. Weil der Merkur der Sonne so nahe kommt, kann es auf dem Planeten über 350 Grad Celsius heiß werden. Der Sonne am fernsten ist Pluto. 650 Jahre müsste ein Flugzeug vom Pluto aus fliegen, um sie zu erreichen. Pluto ist der kleinste der Planeten. Für einen Umlauf um die Sonne braucht er 248 Erdenjahre. Seit seiner Entdeckung 1930 bis heute hat er erst etwa ein Viertel seiner Bahn durchlaufen. Auf Pluto herrschen eisige Temperaturen. Die vier der Sonne nächsten Planeten sind relativ kleine, felsige Gebilde. Die sogenannten inneren Planeten heißen, nach außen hin geordnet, Merkur, Venus, Erde, Mars. Die äußeren Planeten sind Gasriesen mit Ringsystemen aus Staub, Gestein und Eis. Wir kennen sie, wieder nach außen hin geordnet, unter diesen Namen. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Unser Sonnensystem hat sich vermutlich vor rund 4,6 Milliarden Jahren aus einer langsam rotierenden Gas- und Staubwolke entwickelt. Die Urwolke zog sich zusammen, drehte sich immer schneller um sich selbst und plattete sich zu einer Scheibe ab. Aus dem Zentrum dieser Scheibe entstand schließlich die Sonne. Die anderen Teile formten sich nach und nach zu den verschiedenen Planeten. Sie alle und auch die weiteren Gestirne unseres Sonnensystems hält die Sonne mit ihrer Schwerkraft zusammen. Niemand weiß, wo unser Sonnensystem wirklich endet. Obwohl Pluto, der entfernteste Planet, an seinem Rand vermutet wird, nimmt man von einigen Kometen an, dass sie bis auf halbem Weg zum nächstliegenden Stern wandern. Stimmt dies, dann hat unser Sonnensystem einen Durchmesser von nahezu 40 Billionen Kilometern. Bemerkenswertes Ein schwimmender Planet Was würde passieren, wenn die Planeten unseres Sonnensystems in einen riesigen Ozean stürzten? Natürlich, sie würden sinken. Das ist aber nur in acht von neun Fällen richtig. Denn der Saturn, der zweitgrößte Planet in unserer Planetenfamilie, würde nicht untergehen. Er besteht überwiegend aus Gas und Flüssigkeit, hat weniger Dichte und ist leichter als Wasser. Der Saturn würde also schwimmen. Die Erforschung des Universums Die ersten Menschen, die sich ernsthaft mit dem Universum beschäftigten, waren die Griechen. Im frühen Altertum glaubten sie, die Erde sei eine flache Scheibe, die sich im Mittelpunkt des Universums befinde. Aber schon Pythagoras, später auch Aristoteles, waren von der Kugelgestalt unseres Planeten überzeugt. Allerdings versuchte Aristoteles zu beweisen, dass sich die Sonne und die Planeten um die Erde bewegen. Das erste vollständige Bild des Kosmos mit der Erde im Mittelpunkt entwickelte Ptolemäus. Der in Alexandria lebende Forscher nahm, wie die meisten Menschen seiner Zeit an, dass Sonne, Mond, Planeten und Sterne auf verschiedenen Umlaufbahnen um die Erde kreisen. Ptolemäus identifizierte mit dem bloßen Auge 1080 Sterne, die er in 48 getrennte Gruppen einteilte. Heute sind sie als Sternbilder bekannt. Über 1300 Jahre später stellte der polnische Priester Nikolaus Kopernikus in seinem Buch »Über die Bewegungen der Himmelskörper« das ptolemäische Universum in Frage. Er erkannte, dass sich die Planeten nicht um die Erde, sondern um die Sonne drehen. Die christliche Kirche verurteilte diese Theorie zunächst, doch 1609 wurde sie bestätigt. Mittels mathematischer Methoden bewies der deutsche Astronom Johannes Kepler, dass die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen. Im selben Jahr erfuhr der italienische Physiker Galileo Galilei von der Erfindung des Fernrohrs. Er konstruierte sich ein eigenes und machte kurz darauf überraschende Beobachtungen. Als Galilei entdeckte, dass sich die Venus, ähnlich wie der Mond, in Phasen von einer schmalen Sichel in eine volle Scheibe verwandelt, wusste er, die Venus umkreiste die Sonne und nicht die Erde. Nach weiteren ähnlichen Beobachtungen erklärte Galilei öffentlich, dass die Anschauungen des Kopernikus von den Bewegungen der Himmelskörper richtig seien und er mit ihnen übereinstimme. Später zwang ihn ein Kirchengericht, diese Überzeugung abzuschwören. Noch im selben Jahrhundert veröffentlichte der britische Mathematiker Isaac Newton seine Theorien von der Gravitation, der Anziehungskraft der Himmelskörper untereinander. Die Stärke der Schwerkraft konnte er mithilfe einer Formel ermitteln. Nun waren die Astronomen in der Lage, das Gewicht der Sonne und der Planeten und ihre Bahnen genau zu berechnen. 1688 baute Isaac Newton das erste Reflektorteleskop. Der Wissenschaftler hatte herausgefunden, dass ein leicht nach innen gewölbter Spiegel im Gegensatz zur Linse keine unerwünschten Farbeffekte erzeugte. Der größte Astronom seiner Zeit war Sir William Herschel. Der englische Forscher deutscher Herkunft entdeckte mit seinem riesigen Teleskop den Planeten Uranus, hunderte von Zwillingssternen und tausende von Sterngruppen. Auch fand er heraus, dass unsere Sonne nur einer von vielen Sternen ist, die alle zu einer unermesslich großen Sternenstadt gehören, der Milchstraße. Eineinhalb Jahrhunderte später schließlich erkannte Edwin Hubble, dass die Milchstraße nur eine Galaxie unter vielen ist. Nach dem amerikanischen Astronomen wurde ein 1990 in eine Umlaufbahn um die Erde gebrachtes Weltraumteleskop benannt. Das Hubble-Teleskop ist ein 13 Meter langes Spiegelteleskop. Die Raumfähre Discovery brachte es 1990 auf eine Umlaufbahn um die Erde. Weil der Spiegel und auch eines der Sonnensegel nicht optimal funktionierten, wurde das Riesenfernrohr 1993 und 1994 repariert. Seither liefert es ungewöhnlich scharfe Bilder, da es nicht durch die Atmosphäre und das Licht auf der Erde irritiert wird. Bemerkenswertes Botschaften für ferne Welten Botschaften von und über die Erde und ihre Lebewesen führen die beiden 1977 zur Erforschung des Alls gestarteten amerikanischen Voyager-Raumsonden mit sich. Die Plaketten aus Gold zeigen einen Mann, eine Frau und ein Kind, die Flugbahn der Sonde und die Stellung der Erde im Sonnensystem. Die Erde Entstehung und Aufbau der Erde Die Erde ist vor etwa 4,6 Milliarden Jahren zusammen mit der Sonne und den anderen Planeten aus einer riesigen Staub- und Gaswolke entstanden. Anfangs war sie noch sehr klein, kochend heiß und flüssig. Stellt man sich den neuen Himmelskörper heute so groß wie einen Apfel vor, dann war er damals nicht viel größer als ein Tischtennisball. Weil seine Masse aber immer mehr Teilchen anzog, begann er stetig zu wachsen. Die Schwerkraft bewirkte, dass sich seine Bestandteile nach ihrem Gewicht sortierten. Schweres sank in die Tiefe und wurde zum Kern, leichtes sammelte sich an der Oberfläche und bildete die Kruste. Später kühlte sich die junge Erde langsam ab. Das Gestein an der Erdoberfläche erstarrte und der aufsteigende Wasserdampf verdichtete sich zu flüssigem Wasser. Es stürzte als Millionen von Jahren während der Dauerregen zur Erde. Das Wasser füllte die Becken und Senken und bildete die großen Ozeane. Unser Planet hat nur eine annähernde Kugelgestalt. Er rotiert um eine Achse, die gegenüber seiner Bahn um die Sonne leicht geneigt ist. Diese Schräglage bewirkt etwas sehr Überraschendes. Sie ist die Ursache für unsere Jahreszeiten. Über das Erdinnere wissen die Forscher noch recht wenig. Es ist mehr als 2000 Grad Celsius heiß und steht unter einem unvorstellbaren Druck. Seine Dichte ist doppelt bis dreifach so hoch wie die der Erdkruste. Aus all diesen Gründen ist bis jetzt noch kein Mensch tiefer als 4000 Meter in die Erde vorgedrungen. Durch Untersuchungen von Erdbebenwellen können sich die Wissenschaftler dennoch ein Bild vom Innern unseres Planeten machen. Die Erde setzt sich aus drei deutlich voneinander getrennten Hauptschichten zusammen. Kern, Mantel und Kruste. Die äußere Kruste ist eine harte Gesteinsschicht. Auf ihr leben wir. Die Erdkruste ist durchschnittlich 100 Kilometer dick. Unter ihr liegt der obere Erdmantel mit seinem zähflüssigen Gestein. Der untere Erdmantel reicht bis in 2900 Kilometer Tiefe. Er macht die Hauptmasse der Erde aus. Der feste innere Kern hat einen Durchmesser von 2700 Kilometern. Er besteht aus Eisen und Nickel und ist über 5000 Grad Celsius heiß. Der Druck von außen sorgt dafür, dass er trotz dieser Temperature nicht schmilzt. Den Erdkern umgibt eine flüssige Außenschicht. Die Gestalt unserer Erde ist im Laufe vieler Jahre entstanden und sie verändert sich noch immer. Ihre heutige Form hat sie erst in den letzten 100 Millionen Jahren ausgebildet. Für die bisherige Lebenszeit unseres Planeten haben die Geologen, die Gesteinsforscher, eine Zeittafel aufgestellt. Die Erdgeschichte gliedert sich in Erdzeitalter. Jedes hat seinen eigenen Namen. Der erste Abschnitt ist das Präkambrium, die Erdfrühzeit. Sie umfasst sieben Achtel der Erdgeschichte. Dann begannen das Paleozoikum, Erdaltertum, vor 590 Millionen Jahren, das Mesozoikum, Erdmittelalter, vor 215 Millionen Jahren und das Kenozoikum, die Erdneuzeit, vor 60 Millionen Jahren. Jeder dieser Abschnitte ist noch in sogenannte Formationen unterteilt. Im Mesozoikum beispielsweise heißen sie Trias, Jura und Kreide. Bemerkenswertes Die Geschwindigkeit der Erdumdrehung Vor 400 Millionen Jahren hatte ein Erdenjahr 35 Tage mehr als heute. Damals drehte sich unser Planet schneller um sich selbst, deshalb waren die Tage kürzer. Die langsamere Drehung der Erde heute hat ihre Ursache in der Reibung der Gezeiten, die das Wasser auf der Oberfläche der Meere und Ozeane bewegen. Wandernde Kontinente Noch vor wenigen Jahrzehnten glaubte man, die Erdkruste sei eine völlig feste und unbewegliche Schale. Heute wissen wir, dass sie in sieben große und über 20 kleinere bis zu 150 Kilometer dicke Platten zerbrochen ist. Sie tragen die Ozeanböden und die Kontinente. Tektonik, Tekton ist das griechische Wort für Bauen, nennt man die Lehre vom Bau der Platten, aus denen die Erdkruste besteht. Die Erdplatten treiben Jahr für Jahr bis zu 10 Zentimeter auf dem zähflüssigen Gestein des oberen Erdmantels dahin. Angetrieben werden sie von Fließbewegungen im glühend heißen unteren Mantel. Natürlich machen auch die Kontinente die Bewegungen der Erdplatten mit. Der erste, der dies erkannte, war der deutsche Geophysiker und Meteorologe Alfred Wegener. Von ihm stammt die Theorie der Kontinentalverschiebung oder Plattentektonik. Vor etwa 300 Millionen Jahren bildeten alle Landmassen zusammen einen einzigen Riesenkontinent. Wegener taufte ihn Pangäa, das ist griechisch und bedeutet alles Land. Pflanzen und Tiere konnten sich damals über alle Teile der Welt verbreiten. Steine und Fossilien belegen das. Fossilien sind Überreste von Pflanzen und Tieren aus vergangenen Zeiten. Man findet sie als Versteinerungen oder als Einschlüsse, zum Beispiel in Bernstein. Unter sehr günstigen Bedingungen blieben selbst Fußabdrücke von Tieren erhalten. In Afrika und in der Antarktis gefundene Fossilien, der farnähnlichen Pflanze Glossopteris und des Reptils Lystrosaurus lassen darauf schließen, dass beide Kontinente einst verbunden waren. Später, vor etwa 200 Millionen Jahren zerriss Pangäa in zwei Teile. Im Norden entstand Laurasia und im Süden Gondwana-Land. Aber auch diese beiden Superkontinente brachen wieder auseinander. Die Bruchstücke trieben langsam auf dem Ozean dahin, bis sie nach und nach in ihre heutige Lage drifteten. Es sind unsere Kontinente. Auch die Landschaften unter den Ozeanen werden durch die Plattenbewegung in der Erdkruste gestaltet. Die Bewegung der Erdplatten auf ihrem flüssigen Untergrund hält noch immer an. Die Verschiebung der Kontinente ist also noch lange nicht beendet. Ein Globus der Zukunft sähe für uns ebenso fremd aus wie eine aus der Vergangenheit. Die Drift der Erdplatten verändert aber nicht nur unsere Landkarte. Dort, wo die riesigen Bruchstücke zusammenstoßen, voneinander wegdriften oder aneinander reiben, liegen die geologischen Unruhezonen der Erde. Hier finden häufig Erdbeben statt oder es brechen Vulkane aus. Vulkane entstehen, wenn geschmolzenes Gestein, das Magma, durch Risse in der Erdkruste aufsteigt und an die Oberfläche geschleudert wird. Die meisten tätigen Vulkane liegen an den brüchigsten Stellen der Erdkruste, entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Dort bilden sie einen viele tausend Kilometer langen Gürtel, den sogenannten Feuerring. Bemerkenswertes Die Erde der Zukunft In hundert Millionen Jahren wird das Mittelmeer verschwunden und Europa mit Afrika vereint sein. Ein Teil dieses Kontinents und die Insel Madagaskar werden in Richtung Australien driften und der Pazifik wird nicht mehr der größte Ozean der Erde sein. Das gehört zu einem Zukunftsbild, das Computer aus den gegenwärtigen Bewegungen der Erdplatten errechnet haben. Die Atmosphäre Die Erde ist von einer unsichtbaren Hülle umgeben, der Atmosphäre. Dieser Begriff leitet sich von den griechischen Wörtern Atmos, Dampf, und Sphaera, Kugel ab. Lange Zeit war die Lufthülle für die Menschen nur ein Nichts. Sie ahnten nicht, dass unser Planet ebenso öde und tot wäre wie der Mond, wenn es sie nicht gäbe. Die Luft besteht aus verschiedenen Gasen. Zum größten Teil ist es Stickstoff, 78 Prozent. Der Anteil an Sauerstoff, 21 Prozent, beträgt weniger als ein Viertel. Dabei verdanken wir gerade ihm das Leben auf der Erde. Ohne Sauerstoff würden wir ersticken. Außerdem sind in der Luft auch Wasserdampf, das ist der gasförmige Zustand des Wassers, sowie eine kleine, aber wichtige Menge Kohlendioxid und Edelgase enthalten. Die Atmosphäre, wie wir sie kennen, ist keineswegs so alt wie die Erde. Vor ihr gab es noch verschiedene Uratmosphären. Sie setzten sich anders zusammen als unsere heutige. Die Atmosphäre erstreckt sich über uns etwa 1000 Kilometer in die Höhe. Stellt man sich unseren Planeten etwa so groß wie einen Pfirsich vor, so ist die Lufthülle nur so dick wie seine Schale. Die Erdanziehungskraft verhindert, dass sie in den Weltraum entweicht. Wissenschaftler untergliedern die Atmosphäre in fünf verschiedene Schichten oder auch Stockwerke. Von unten nach oben sind das die Troposphäre, die Stratosphäre, die Mesosphäre, die Thermosphäre und die Exosphäre. Für uns besonders interessant sind die ersten beiden Stockwerke. In der Troposphäre spielt sich nicht nur alles ab, was wir Wetter nennen. Dieses Stockwerk gibt uns auch eine Erklärung für die blaue Farbe des Himmels. Das weiße Sonnenlicht setzt sich bekanntlich aus allen Regenbogenfarben zusammen. Die Lichtwellen der verschiedenen Farben haben aber eine unterschiedliche Länge. Da sich das kurzwellige blaue Licht leichter durch die kleinen Staub- und Wasserteilchen in der Luft ablenken lässt als langwelliges Grünes, Gelbes oder Rotes, macht das weitgestreute kurzwellige Licht die blaue Farbe des Himmels aus. Die Stratosphäre wiederum enthält die lebenswichtige Ozonschicht. Der Stratosphäre schließt sich die kalte und wolkenlose Mesosphäre an. An ihrer Obergrenze werden mit minus 90 Grad Celsius die niedrigsten Temperaturen der Erde gemessen. Die Thermosphäre wiederum ist die heißeste Schicht. Ganz oben, in einer Höhe von etwa 500 Kilometern, kann die Temperatur auf weit über 1000 Grad Celsius steigen. In der Exosphäre geht die Atmosphäre allmählich in den luftleeren Weltraum über. Wie alles auf der Erde hat auch die Lufthülle ein Gewicht. Sie drückt mit ungefähr einem Kilogramm auf jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche. Diesen Druck spürt der Mensch aber nicht. Er hat sich ihm angepasst. In den Geweben unseres Körpers befinden sich zahlreiche winzige Luftbläschen, die diesen Druck ausgleichen. 1654 wies der Magdeburger Physiker Otto von Gericke nach, dass die Luft jedoch nicht nur nach unten, sondern gleich stark nach allen Seiten drückt. Bemerkenswertes Der Treibhauseffekt Der Temperaturhaushalt der Atmosphäre ist heutzutage aus dem Gleichgewicht geraten. Seit der Mensch die Erde bewohnt, steigt immer mehr Kohlendioxid in die Luft auf. Es entsteht bei jeder Verbrennung von Holz, Kohle, Erdöl, also auch Benzin und Erdgas. Die große Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre lässt die Sonnenwärme herein, aber nicht wieder hinaus. Wir leben wie in einem Treibhaus. Die Meere und Ozeane Eigentlich müsste die Erde Meer heißen. Fast drei Viertel ihrer Oberfläche sind von Wasser bedeckt. Das meiste hat sich in den Meeren und Ozeanen gesammelt. Der Rest ist in Eis und Schnee, in Flüssen und Seen, aber auch versteckt in der Erde gespeichert. Es gibt drei große und einen kleinen Ozean. Am größten ist der Pazifik oder Stille Ozean. Er ist fast so groß wie alle anderen zusammen. Dann folgen der Atlantische Ozean, der Indische Ozean und der Arktische Ozean. Darüber hinaus betrachten manche Wissenschaftler den Wassergürtel, zu dem sich die großen Ozeane im Süden der Erde vereinigen, als fünften Ozean. Es ist der Antarktische Ozean. Unter dem Salzwasser der Meere und Ozeane hebt und senkt sich die Erdkruste genauso, wie wir es vom Festland kennen. Echolotungen haben ergeben, dass die Unterwasserlandschaft nicht nur aus riesigen Ebenen, sondern auch aus Hügeln, Bergen, Tälern, Schluchten und Bergketten besteht. Inmitten der Ozeane verläuft sogar der längste Gebirgszug der Welt, der mittel-ozeanische Rücken. Er erstreckt sich über drei Ozeane und erreicht eine Gesamtlänge von mehr als 60.000 Kilometern. An den meisten Stellen sind die Ozeane zwischen 3.000 und 4.000 Meter tief. Aber im Meeresboden öffnen sich auch steil abfallende Schluchten und Spalten. Die sogenannten Tiefseegräben bilden sich vor allem dort, wo die Platten der Erdkruste zusammenstoßen. Sie sind rund 10 Kilometer tief, über 950 Kilometer breit und mehrere tausend Kilometer lang. Der tiefste aller ozeanischen Gräben ist der Marianengraben im Pazifik. In den Meeren und Ozeanen gibt es unzählige Inseln. Die meisten von ihnen entstanden aus der Landmasse durch das Steigen des Meeresspiegels oder das Senken von Land. Einige Inseln sind auch Vulkanberge, die aus dem Meeresboden aufragen. Lagern sich an ihnen Korallenriffe an, entsteht ein Atoll. Die Meere und Ozeane kommen nie zur Ruhe. Wellen, Gezeiten und Meeresströmungen halten sie ständig in Bewegung. Wellen werden meist vom Wind erzeugt. Andere entstehen durch unterseeische Vulkanausbrüche, starke Erdbeben oder durch die Gezeiten. Ihre Höhe hängt von der Stärke, der Dauer und der Anlaufgeschwindigkeit des Windes ab. Die vom Wind angeblasenen Meereswellen sind selten mehr als vier Meter hoch. Es gibt aber auch Wellenhöhen von 25 und mehr Metern. Sie werden von Erdstößen am Meeresgrund ausgelöst, wie die riesige Flutwelle Tsunami. Im Meer winden sich gewaltige Ströme. Oberflächenströmungen werden von der Schubkraft beständig wehender Winde erzeugt. Tiefenströmungen entstehen durch unterschiedliche Wasserdichten. Die Wasserdichte wird durch die Wassertemperatur bestimmt. In den großen Meeren der Erde kreisen fünf Strömungsringe. Vom Wind angetrieben drehen sie sich auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn, auf der südlichen entgegengesetzt. Sie beeinflussen das Klima auf der Erde nachhaltig. Eine der mächtigsten Meeresströmungen ist der Golfstrom, der im Golf von Mexiko entsteht. Er transportiert warmes Wasser bis in den Norden Europas. Wasser als Wärmespeicher Wasser besitzt eine ungewöhnliche Eigenschaft. Es kann mehr Wärme speichern als jeder andere Stoff. Die obersten drei Meter der Wassermassen in den Weltmeeren enthalten etwa die gleiche Menge an Wärmeenergie wie die gesamte darüberliegende Atmosphäre. Diese Wärme geben sie nur sehr langsam wieder ab. Landschaften der Erde Von allen Landschaftsformen der Erde erscheinen uns die Gebirge am eindrucksvollsten. Die gewaltigsten, die Hochgebirge, erreichen über 8000 Meter, Mittelgebirge bis 1500 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Ihre abgerundeten Kuppen wurden im Laufe der Jahrmillionen durch die unermüdliche Bearbeitung von Sonne, Regen, Wind und Frost abgetragen. Diesen Vorgang nennt man Erosion. Gebirge bilden sich durch die ständigen Bewegungen der Erdkrustenplatten. Die meisten sind durch Auffaltung entstanden. Das geschieht, wenn beispielsweise zwei Kontinente zusammenstoßen und sich dabei zu einem größeren Kontinent vereinen. Dann wird das Gestein der Ränder, wie ein Teppich, den man zusammenschiebt, zu Gebirgen aufgefaltet. Gebirge heben sich aber auch, wenn durch Druck aus der Tiefe Spannungen in der Erdkruste entstehen. Oft zerbricht diese dann in Blöcke, die sich heben und senken. Grabenbrüche, sogenannte Verwerfungen, sind die Folge. Die stehengebliebenen Blöcke bilden Block- und Schollengebirge. Vulkanische Gebirge schließlich entstehen, wenn Magma, die glutflüssige Gesteinsschmelze aus dem Erdinnern, Vulkanberge aufschichtet. Rund ein Drittel der Landmasse unseres Planeten ist von Wüsten bedeckt. Die größte von ihnen, die Sahara in Nordafrika, erreicht fast die Ausmaße der USA. Trockenwüsten müssen nicht immer heiß und auch nicht unbedingt sandig sein. Auffälligstes Merkmal ist ihr Wassermangel. In solchen Regionen fallen meist weniger als 10 Zentimeter Niederschlag im Jahr. In Deutschland sind es durchschnittlich 600 Zentimeter. Wüsten entstehen vor allem in weit vom Meer entfernten Gebieten. Bevor die warmen, feuchten Seewinde die entlegenen Landstriche erreichen, haben sie ihre Wasserfracht bereits an vorgelagerten Höhenzügen abgeregnet. Nur etwa 20 Prozent aller Wüsten bestehen aus Sand. Die meisten sind Landschaften aus Schotter, Kies und hohen, zerklüfteten Gebirgsmassiven. Jedes Jahr vergrößert sich die Wüstenfläche auf der Erde um die Größe der Schweiz. Auch fernab vom Meer ist die Erde noch sichtbar vom Wasser geprägt. Flüsse und Ströme schlängeln sich durch die Landschaft und Seen blinken, manche so groß wie Meere. Und die Küsten haben sich ohnehin den Bedingungen des Wassers unterworfen. Flüsse sammeln die als Niederschläge auf die Erde gefallenen und den Quellen austretenden Wassermengen und führen sie dem Weltmeer zu. Dabei waschen sie das Gestein der Berge aus, transportieren die Trümmer in Ebenen und Niederungen und setzen sie an anderen Stellen wieder ab. Am häufigsten aber schwemmen sie das Geröll in die Meere. Flüsse sind fließende, sehen dagegen meist stehende Gewässer. Sie bilden sich dort, wo sich eine Senke, ein Tal, ein unterirdischer Hohlraum oder eine Erdspalte mit Wasser füllt. Mitunter bilden sich auch Seen, wo fließendes Wasser durch ein natürliches Hindernis abgedämmt wird. Die meisten Seen sind mit Süßwasser gefüllt. Es gibt aber auch Salzwasserseen. Am abwechslungsreichsten ist die Küstenlandschaft, der schmale Grenzsaum zwischen Festland und Meer. Jede Küste ist einzigartig und ständig wird sie verändert. Durch die Brandung, die Strömungen, den Wind, die Gezeiten und die Ablagerungen der Flüsse. Bemerkenswertes Der Mensch siedelt am Wasser Gegenwärtig leben etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung nicht weiter als 60 Kilometer von der Küste entfernt. Über zwei Drittel der Millionen Städte der Welt liegen am Meer, oft in den trichterförmigen Mündungsgebieten der großen Flüsse. Brennstoffe Der Boden unter unseren Füßen birgt zahlreiche Schätze. Bodenschätze. Seit uralten Zeiten werden sie abgebaut. Zu den wichtigsten gehören Kohle, Erdöl und Erdgas, die fossilen Brennstoffe. Lateinisch fossil gleich ausgegraben. Die meisten unserer Kohlevorräte entstanden vor rund 350 Millionen Jahren. Im Zeitalter des Carbon. Das ist das lateinische Wort für Kohle. Damals waren große Teile der Erde von Sumpffeldern bedeckt. Starben die Bäume, versanken sie in Wasser, Schlamm und Sand. Luftdicht eingeschlossen, konnten sie nicht verfaulen. Schicht um Schicht legte sich übereinander. Druck und Wärme der Tiefe wandelten die Pflanzen nach und nach zunächst in Torf, dann in Braunkohle, schließlich in Steinkohle und in einigen Fällen in die harte, tiefschwarze Anthrazitkohle um. Mit steigendem Alter nehmen Härte und Brennwert der Kohle zu. Torf hat den niedrigsten, Anthrazit den höchsten Brennwert. Die größten Kohlelagerstätten der Erde befinden sich in Mitteleuropa, Nordamerika, Russland und in China. Die Steinkohle muss von den Bergleuten mühsam aus den Flözen herausgehämmert werden. Eine andere Geschichte hat das Erdöl. Es entstand aus winzigen Algen und Tieren, die sich vor Millionen von Jahren auf dem Meeresgrund abgelagert und mit Schlamm und Sand vermischt haben. Ständig neu hinzukommende Lagen pressten die unteren Schichten zusammen. Dabei entstand Erdöl, eine schwarze, übel riechende, schmierige Flüssigkeit, sowie in Hohlräumen darüber Erdgas als Nebenprodukt. Das Erdöl sammelt sich, durch Druck emporgepresst, in sogenanntem Speichergestein. Es wird von undurchlässigen Gesteinsschichten eingeschlossen. Speicherkammern befinden sich nicht nur unter dem Festland, sondern auch unter den Meeren. Von Bohrinseln aus lassen sie sich anbohren. Es ist recht aufwendig, Öllagerstätten aufzuspüren. Erdöl, das an Land gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass sich dort einst der Meeresgrund befand. Kohle, Öl und Erdgas entstehen auch heute neu. Dennoch werden diese Brennstoffe als nicht erneuerbar angesehen. Ihre Entstehung dauert mehrere hundert Millionen Jahre. Zu lange, um unsere Vorräte zu ersetzen. Wir sollten sehr sparsam mit diesen Energieträgern umgehen. Bemerkenswertes Kostbare Rohstoffe Kohle, Öl und Gas sind viel zu kostbar, um sie zu verbrennen. Allein aus der Kohle werden mehr als 2000 chemische Erzeugnisse hergestellt, darunter Arzneimittel, Farben und Dünger. Erze, Gold und Edelsteine Noch viele andere Rohstoffe lagern in den Tiefen der Erde. Metalle etwa wie Eisen oder Kupfer, Chrom, Nickel. Ohne sie gäbe es unsere modernen Errungenschaften nicht. Gold, Silber und Edelsteine sind Bodenschätze im wahrsten Sinne des Wortes. Metalle werden vom Menschen schon länger genutzt als Kohle und Öl. Einige haben sogar zwei Abschnitten der Menschheitsgeschichte ihre Namen gegeben. Der Bronzezeit beginnt vor etwa 4000 Jahren. Bronze ist eine Mischung aus Kupfer und Zinn. und der Eisenzeit beginnt etwa 900 vor Christus. Leider kommen nur ganz wenige Metalle wie die Edelmetalle Gold und Silber in der Natur in reiner Form vor. Die meisten Metalle sind chemisch mit anderen Elementen verbunden. Erze nennt man solche metallhaltigen Mineralien. Sie müssen erst aufbereitet werden, um das reine Metall aus ihnen zu gewinnen. Verhütten, sagt der Fachmann. Der Abbau von Erzen lohnt sich nur, wenn der Anteil an taubem, also nicht erzhaltigem Gestein, zwei Drittel nicht übersteigt. Viele, vor allem europäische Erzlagerstätten, sind nach jahrhundertelanger Ausbeutung bereits abgebaut oder werden sich demnächst erschöpfen. Deshalb sind in anderen Gegenden der Erde viele Menschen damit beschäftigt, neue Lagerstätten zu erkunden. Man nennt sie Prospektoren. Zusätzlich werden Verfahren entwickelt, um Metallverbindungen, die sich auf dem Meeresgrund gebildet haben, zu heben, wie zum Beispiel Manganknollen. Das weltweit begehrteste Metall ist Gold. Es rostet nicht, bewahrt seinen Glanz und ist so formbar, dass sich daraus hauchdünne Folien, feinste Drähte und kunstvolle Schmuckstücke fertigen lassen. Es reagiert nicht mit anderen Chemikalien und ist elektrisch sehr leitfähig. Deshalb zählt es zu den Edelmetallen. Gold wird vor allem durch Auswaschen aus goldhaltigem Gestein und durch das Ausbeuten unterirdischer Goldminen gewonnen. Das meiste Gold wird in Südafrika und Russland abgebaut. Das Edelmetall ist sogar im Meerwasser enthalten, allerdings nur in Konzentration von weniger als einem Milligramm je Kubikmeter Wasser. Dennoch, so schätzt man, könnten im Weltmeer rund sechs Millionen Tonnen Gold gelöst sein. Die Gewinnung wäre aber viel zu kostspielig. Manche Mineralien zeichnen sich durch Seltenheit, edle Farbe und große Härte aus. Das sind die Edelsteine. Zu den begehrtesten zählen Saphir, Blau, Rubin, Leuchtendrot, Smaragd, Grün und der wie mattes Glas aussehende Diamant. Dieser Edelstein, geschliffen heißt er brillant, ist das härteste Material, das existiert. Der Diamant ist so hart, dass man mit ihm alle anderen Steine bearbeiten kann. Diamanten bilden sich unter sehr hohem Druck und großer Hitze in über 150 Kilometern Tiefe aus reinem Kohlenstoff. Der größte Diamantenlieferant ist Südafrika. Zwei Tonnen Gestein geben etwa ein Gramm Diamanten. Das Gewicht der Edelsteine wird in Karat angegeben. Bemerkenswertes Der Goldrausch Als Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien und Alaska Gold gefunden wurde, überschwemmten schon bald Riesenscharen von Glücksrittern den Westen Nordamerikas. Das Goldfieber war die Geburtsstunde des heute sagenhaften, wilden Westens. Das Wetter Wie das Wetter entsteht Das Wetter beeinflusst das Leben der meisten Menschen. Vom Wetter hing schließlich auch vieles ab. Wie wir uns kleiden, was wir in unserer Freizeit tun, wann wir am liebsten Urlaub machen oder ob unser Rasen wieder einmal gesprengt werden muss. Dem Wetter kann niemand und nichts entgehen. Unter Wetter verstehen wir den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Meteorologen sagen, Wetter ist das Zusammenspiel aller Wettererscheinungen in der Luft während eines bestimmten Tages. Sprechen Sie von Witterung, fassen Sie das Wetter mehrerer Tage, einer Woche oder auch eines Monats zusammen. Die durchschnittlichen Wetterbedingungen, die hauptsächlich in einem bestimmten Gebiet herrschen, nennt man Klima. Für die Wolken und den Wind, für Regen, Schnee und die anderen Wettererscheinungen gibt es drei Ursachen. Es sind die Sonne, die Luft und das Wasser. Sie alle machen gemeinsam das Wetter. Die Sonne spendet Licht, Wärme und Energie. Die Luft umgibt unseren Planeten wie eine schützende Hülle. Und Wasser für die lebensnotwendigen Niederschläge finden wir überreichlich auf der Erde. Eine besondere Rolle im Wettergeschehen spielt die Sonne. Mehr noch, ohne sie und ihre Wärmestrahlung gäbe es auf der Erde überhaupt kein Wetter. Wenn sich die Erdoberfläche durch den Sonnenschein aufheizt, wird auch die Luft wärmer. Die warme Luft steigt nach oben und durch den entstehenden Sog strömt kühlere nach. Wind entsteht. Sonnenwärme ist aber auch die Ursache dafür, dass über den Meeren und Ozeanen unaufhörlich Wasser verdunstet und als unsichtbarer Wasserdampf in die Luft aufsteigt. Hoch oben, wo es kälter ist, kann die Luft die gespeicherte Feuchtigkeit nicht mehr halten. Wassertröpfchen bilden sich. Wir können sie als Wolken sehen. Irgendwann fallen die Tröpfchen als Regen, Schnee oder Hagel auf die Erde zurück. Das Wasser aus den Wolken führt die Seen, speist Bäche und Flüsse und gelangt so wieder ins Meer. Dort verdunstet es erneut. Kreislauf des Wassers nennt man diesen ständigen Wasseraustausch zwischen Festland, Ozeanen und Atmosphäre. Auf dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean verdunsten jährlich zwischen 1200 und 1300 Liter Wasser von jedem Quadratmeter der riesigen Wasserflächen. Würde das Wasser im ewigen Kreislauf nicht immer wieder durch Niederschläge und Flüsse nachströmen, wäre das Weltmeer in 4000 Jahren leer. In einigen Gebieten der Erde ist das Wetter fast immer gleich. In Mitteleuropa hingegen wechselt es ständig. Der Grund liegt darin, dass hier verschiedene Luftmassen aufeinandertreffen. Kühle und feuchte aus dem Atlantik, warme und trockene aus dem Mittelmeergebiet. Prallen kalte und warme Luftmassen aufeinander, ändert sich das Wetter dort, wo sie sich begegnen. Die Berührungsfläche zwischen zwei unterschiedlichen Luftmassen nennt man Front. Wetterfronten können sich über tausende von Kilometern erstrecken. Bemerkenswertes Die gefühlte Temperatur Nicht immer stimmt die am Thermometer abgelesene Lufttemperatur mit der sogenannten gefühlten Temperatur überein. Diese hängt vor allem von der Windstärke und der Luftfeuchtigkeit ab. Viele Menschen finden beispielsweise eine Temperatur von 0 Grad Celsius bei Windstille durchaus noch als erträglich. Bei Windstärke 3 wirkt die Nulltemperatur auf der Haut aber schon wie minus 6,9 Grad. Windchill, übersetzt Windfrösteln, heißt dieser Effekt. Das Klima Das Wetter kann täglich wechseln. Das Klima nicht. Und doch beeinflusst es unser Leben noch mehr als ein paar Regentage oder ein plötzliches Gewitter. Unter Klima versteht man das allgemeine, durchschnittliche Wetter, das über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Gebiet beobachtet wird. Es schwankt erst im Laufe von vielen, vielen Jahren. Zum Klima zählen Sonneneinstrahlung, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Niederschlag und Bewölkung. Das Klima ist zuallererst von der Sonneneinstrahlung abhängig. So haben äquatornahe Regionen, in denen die Sonnenstrahlen fast senkrecht einfallen, ein heißes Klima und Gegenden, die weit vom Äquator entfernt liegen, ein kühles. Aber auch warme oder kalte Meeresströmungen, Windgürtel, die Entfernung vom Meer und die Höhe eines Ortes beeinflussen das Klima. So erklären sich beispielsweise die Eigenschaften von Seeklima und kontinentalem Klima. Darüber hinaus haben Großstädte oft ein eigenes, ein Mikroklima. Rings um die Erde laufen weitreichende Gebiete, in denen das Klima einheitlich ist, die Klimazonen. Man unterscheidet fünf große Klimazonen. Es sind die beiden kalten Zonen in der Nähe des Nord- und Südpols, die beiden gemäßigten Zonen und beiderseits des Äquators die tropische Zone. Diese Zonen können aber noch weiter unterteilt werden, die gemäßigten Zonen beispielsweise in kaltgemäßigte und warmgemäßigte Zonen. In jeder Klimazone der Erde finden sich immer wieder die gleichen oder doch einander sehr ähnliche Lebensräume. In den feuchten Tropen sind es Regenwälder, in der gemäßigten Zone sind es Laub- und Nadelwälder oder Steppen. Und in der Polarzone Tundren. Überall leben natürlich auch unterschiedliche Tiere und selbst die Menschen bauen ihre Häuser entsprechend des Klimas. Das Klima auf der Erde war nicht immer so wie heute. Früher, vor 70 oder 80 Millionen Jahren, war es heiß und feucht. In großen Teilen Europas und Nordamerikas wuchsen Pflanzen, wie sie jetzt nur noch in den Tropen vorkommen. Später, in den Eiszeiten, bedeckte ein Panzer aus Eis weite Teile der Erde. Ursache dieser natürlichen Klimaveränderungen waren wahrscheinlich große Vulkanausbrüche und Schwankungen im Abstand zwischen Erde und Sonne. Wie sich das Erdklima entwickeln wird, lässt sich noch nicht mit Sicherheit voraussagen. Möglich ist vieles. Auch in Zukunft kann es wieder einmal zu einer Eiszeit oder zu einer weiteren wärmeren Periode kommen. Aber auch der Mensch greift immer mehr in das Klimageschehen ein. Durch Industrie und Abgase von Autos gelangen mehr Abgase in die Luft, als die Natur abbauen kann. Dadurch erwärmt sich die Atmosphäre immer mehr. Bemerkenswertes Die Temperatur steigt In den letzten 100 Jahren ist die Durchschnittstemperatur auf der Erde um ein halbes Grad gestiegen. Setzt sich dies fort, schmelzen an den Polen große Eismassen und der Meeresspiegel steigt. Zahlreiche Küstengebiete werden überflutet. Wind und Sturm Wind ist eine große, aber unsichtbare Naturkraft. Er entsteht, wenn Luft sich durch Sonneneinstrahlung erwärmt. Warme Luft ist leichter als kalte. Sie steigt stets nach oben. Dabei übt sie auf die Erde einen schwächeren Druck aus als kalte. Ein Gebiet niederen Drucks entsteht. Ein Tiefdruckgebiet. Kalte, also schwerere Luft dagegen, drückt auf den Erdboden. Ein Gebiet hohen Drucks entsteht. Ein Hochdruckgebiet. Luft bewegt sich immer von Gebieten hohen zu Gebieten geringen Drucks. Wind weht Nahe der Erdoberfläche gibt es mehrere große Windströme, die fast das ganze Jahr über gleichmäßig aus derselben Richtung wehen. Die Passatwinde beiderseits des Äquators, die Westwinde und die polaren Ostwinde. Sie entstehen, weil am Äquator mehr Sonneneinstrahlung einfällt als an den Polen. Warme Luft bewegt sich vom Äquator nach Norden und Süden und dort kühlt sie ab. Durch die Erddrehung werden alle Winde auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links abgelenkt. Sie ist neben der Sonnenstrahlung der zweite große Antrieb der Winde. In manchen Teilen der Erde gibt es regelmäßig auftretende Winde, die eigene Namen tragen. Am bekanntesten ist der Monsoon in den Küstenländern der Tropen am Indischen Ozean. Andere berühmte Winde sind der kalte, trockene Mistral in Südfrankreich, die Bora, ein gefährlicher Fallwind an der Adria-Küste Kroatiens, und der Chiroko, ein heißer, trockener Wind an der nordafrikanischen Küste. Zu den regelmäßig auftretenden Winden gehören auch die Strahlströme hoch oben am Himmel, sowie die See- und Landwinde im Sommer am Meer. Winde haben unterschiedliche Stärken. Sie werden mit der Buffon-Skala gemessen. Schwerste Verwüstungen richtet der Orkan an. Er bezieht seine Energie aus den Temperaturgegensätzen sich vermischender warmer und kalter Luftmassen. Solche Luftmassen prallen vor allem über dem Atlantischen Ozean aufeinander. Orkanböen können Geschwindigkeiten von über 130 Stundenkilometern erreichen. Fast jeden Winter wird Europa von solchen Stürmen heimgesucht. Noch gefährlicher sind die Wirbelstürme der Tropen. Hurricane heißen sie in Amerika, Zyklon in Indien, Willy-Willy in Australien und Taifun im Westpazifik. Sie entstehen über mindestens 27 Grad Celsius warmen tropischen Meeren. Dann lässt die Sonnenhitze große Wassermassen über dem aufgeheizten Meer verdunsten. Sie steigen mit der warmen Luft rasch auf. Die von den Seiten nachströmende Luft beginnt sich spiralförmig zu drehen, ein riesiger, trichterförmiger Wirbel entsteht. Er dreht sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern in der Stunde und entwickelt eine gewaltige Zerstörungskraft. Hurricanes gehören zu den folgenschwersten Naturkatastrophen. Nicht weniger gefährlich ist der Tornado. Im Gegensatz zum Hurricane entsteht er über dem Festland. Sein Luftwirbel dreht sich mit 500 Stundenkilometern. Tornados dauern meist nur wenige Minuten, aber sie hinterlassen eine kilometerlange Schneise der Verwüstung. Bemerkenswertes Die Sogwirkung Der aufsteigende Luftstrom eines Wirbelsturms hebt von jedem Quadratmeter Wasseroberfläche bis zu 800.000 Tonnen Luft ab. Die Folge, der Luftdruck sinkt und die See wölbt sich zu einer bis zu sechs Meter hohen Wasserkuppel auf. Regen und andere Niederschläge Regen fällt nie aus heiterem Himmel. Er entsteht immer in den Wolken. Je nachdem, in welchen Höhen sie sich bilden, unterscheidet man verschiedene Wolkenformen. Haufenwolken, Kumulus, Schichtwolken, Stratus und Federwolken. Zerrus Daneben gibt es noch Zwischenformen oder Abwandlungen dieser drei Typen. Die höchsten Wolken sind die Federwolken. Sie segeln in 12.000 Metern Höhe am Himmel. Regen entsteht, wenn in den Wolken immer mehr winzige Wassertröpfchen zu größeren Verschmelzen. Dann werden sie so schwer, dass sie nicht mehr schweben können, sinken ab und nehmen unterwegs weitere kleinere in sich auf. Schließlich fallen sie als Regentropfen zur Erde. Die Regenmenge wird in Millimetern gemessen. Besonders stark regnet es in den Tropen. Dort verdunstet aus dem warmen Meer viel Wasser und Wolken bilden sich. Auch Gebirge sind meist sehr regenreich. Dort müssen die Wolken oft hohe Bergkämme überwinden, wobei sie sich abkühlen. Europas regenreichste Gebiete sind die Alpen, Westirland und Nordschottland. Aus den Wolken fällt nicht nur Regen, sondern auch Schnee und Hagel. Hagelkörner bestehen aus Eis. Sie bilden sich meist in Gewitterwolken. Starke Aufwinde tragen die Regentropfen in große Höhen, wo sie zu Eis gefrieren. Beim Herabfallen lagern sich weitere Wassertröpfchen an. Sie gefrieren ebenfalls, wenn die kleinen Eiskörner abermals in die Höhe geschleudert werden. Auf diese Weise wachsen die Hagelkörner Schicht um Schicht, bis sie schließlich zur Erde fallen. Hagelkörner sind nicht selten so groß wie Murmeln, manchmal auch noch größer. Sie können schwere Schäden anrichten. Sinkt die Temperatur in einer Wolke weit unter den Gefrierpunkt, bilden sich Eiskristalle. Sie verketten sich zu Schneeflocken, werden schwerer und trudeln zur Erde. Schneekristalle gehören zu den schönsten Gebilden der Natur. Es gibt nassen und trockenen Schnee. Je kälter es ist, desto trockener, feiner und leichter ist der Schnee. Man nennt ihn Pulverschnee. Nasser Schnee, der sogenannte Pappschnee, bildet sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Weil Regen, Hagel und Schnee aus den Wolken fallen, spricht man auch von fallendem Niederschlag. Es gibt aber auch Niederschläge, die nicht durch Wolken entstehen. Tau und Reif sind die abgesetzten Niederschläge. Zur Taubildung kommt es, wenn sich der Wasserdampf in der Luft in Form von Wassertröpfchen nahe am Boden absetzt. Kühlt in wolkenlosen Herbst- oder Winternächten die Luft in Bodennähe unter den Gefrierpunkt ab, verwandelt sich der Wasserdampf in unzählige Eiskristalle. Den Reif. Eine mitunter recht unangenehme Wettererscheinung ist Nebel. Manchmal vermindert er die Sicht in Bodennähe so stark, dass man kaum noch etwas sehen kann. Nebel ist nichts anderes als eine dicht über dem Erdboden liegende Wolke. Meist entsteht er am späten Nachmittag oder am Abend, wenn sich der tagsüber durch Sonneneinstrahlung erwärmte Erdboden wieder abkühlt. Dabei kühlt sich die bodennahe Luft ebenfalls ab. Da kühlere Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann als warme, beginnt ein Teil der Feuchtigkeit zu kondensieren, also sich zu verflüssigen. Dann entstehen Millionen feinster Wassertröpfchen, der Nebel. Weil die kühlere Luft immer nach unten sinkt, bildet sich Nebel zunächst in Senken und Niederungen. Bemerkenswertes. Wasser und Wolken. Wolken sind ein wichtiges Transportmittel. Sie transportieren Wasser und Wärme. Eine junge Haufen Wolke im Stadium ihrer Entstehung mit einer Fläche von einem Quadratkilometer und einer Höhe von 2000 Metern enthält mindestens 1000 Tonnen Wasser. Eine große Gewitterhaufen Wolke kann weit über 100.000 Tonnen Wasser enthalten. Wettervorhersage Früher beobachteten die Menschen die Natur, wenn sie wissen wollten, wie das Wetter werden würde. Sie schauten zum Himmel, studierten das Verhalten von Pflanzen und Tieren und zogen ihre Schlüsse. Vor allem die Bauern, Förster, Jäger, Fischer und Schäfer waren gute Wetterpropheten. Aus ihren Erfahrungen entstand ein reicher Schatz volkstümlicher Wetterregeln. Die Bauernregeln. Heute werden für Wettervorhersagen tagtäglich Daten in der ganzen Welt gesammelt. Das Wettergeschehen in der Troposphäre wird von über 8.000 Bodenlandstationen, von Schiffen, Bohrinseln, Flugzeugen, Ballons und Wettersatelliten aufgezeichnet und an Rechenzentren in Moskau, Washington und Melbourne weitergeleitet. Aus den Daten entstehen regionale und weltweite Wettervorhersagen. Sie gelangen in einem eigens dafür geschaffenen Fernmeldenetz an die nationalen Wetterdienste, wo Meteorologen sie unter Einbeziehung eigener Messungen zu Vorhersagen für das eigene Land verarbeiten. Es gibt langfristige und kurzfristige Vorhersagen. Langfristig, bis zu zwei Wochen, lässt sich gegenwärtig nur die allgemeine Wetterlage ziemlich zutreffend vorhersagen. Kurzfristig, zwei bis drei Tage im Voraus, ist die Vorhersage schon recht genau. Und bei einer Wetterprognose für die nächsten 36 Stunden liegt die Trefferquote der Meteorologen schon bei 90%. Wettervorhersagen sind nicht nur wichtig für alle, die wissen wollen, was sie am folgenden Tag anziehen sollen. Vor allem Flughäfen brauchen Vorhersagen, damit sie Vorkehrungen für den Flugverkehr treffen können. Auch Schiffe wollen vor Stürmen gewarnt und der Straßendienst und die Landwirtschaft mit Informationen versorgt sein. In manchen Gegenden der Erde scheint sich das Wetter aber nie nach den Wünschen der Menschen zu richten. Früher versuchte man dann, mit Regenkanonen Wolken zum Abregnen zu bringen. Heute gibt es schon erfolgreichere Formen der Wetterbeeinflussung. Um Wolken zu zwingen, das in ihnen enthaltene Wasser herzugeben, impft man sie mit Silberjodid-Kristallen. An diesen schlägt sich Wasserdampf nieder und Regentropfen wachsen. Die Kristalle werden mit Flugzeugen in die Wolken eingebracht. Geimpfte Wolken können bis zu 25% mehr Regen freisetzen. Diese Art der Wetterbeeinflussung ist allerdings sehr umstritten. Bemerkenswertes Lostage Ist es ein Lichtmess, hell und rein, wird ein langer Winter sein. Bauernregeln beziehen sich oft auf sogenannte Lostage. Das sind bestimmte Tage im Jahr, die oft anzeigen, wie sich das Wetter entwickeln wird. Die bekanntesten sind Lichtmess, 2. Februar, die Eisheiligen, 11. bis 15. Mai und der Martinstag, 11. November. Weitere Hörbücher aus der Reihe CD Wissen Allgemeinbildung gibt es im Buch 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 Gibt es im Buch